Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich versuche gerade wirklich zu lächeln und euch lächelnd ein Hallo zu sagen bei der Besprechung zu Smile 2. Siehst du es auch, der am 17. Oktober in den deutschen Kinos startet und, große Überraschung für alle Beteiligten, die Fortsetzung ist zu Smile. Siehst du es auch, der 2022 einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres war, einen viralen TikTok-Trend ausgelöst hat und dafür gesorgt hat, dass vermutlich sehr viele Kinobetreiber diese Plattform TikTok hassen lernen. Ob der zweite Teil vielleicht auch das Zeug hat zum viralen Marketing-Superhit oder ob es einfach noch more of the same ist. Wir werden es herausfinden. Mit Wir meine ich mich. Hallo, ich bin erst du und der Esel dann ist immer zuerst. Und dann hätten wir auf der anderen Seite noch den Zero. Hallo Zero. Achso, ist ja mit Ton. Man sieht gar nicht, dass ich lächle. Hi. Hallo. Und der... Hallo. Hallo. Ja, man muss ganz klar sagen, hier haben sich heute wirklich die drei härtesten Motherfucker versammelt, um über Smile 2 zu reden, der genau wie der erste Teil von Parker Finn inszeniert wurde. Bevor wir uns jetzt darum kümmern, wie uns der Film gefallen hat, meine Frage in die Runde. Habt ihr den ersten Teil gesehen? Und wenn ja, wie hat er euch gefallen? Rino, du fängst an. Ja, ich habe den ersten Teil gesehen und ich fand den tatsächlich sehr gelungen. Hat mir gut gefallen. Fand ich cool. War ein bisschen frischer Wind. Fand ich neben den ganzen so sehr bodenständigen Horrorfilmen, die man gekriegt hat in letzter Zeit, da musste man nicht so darben. Und das war einer, der so ein bisschen am Anfang auch so ein bisschen dahin ging. So Psycho und das wahre Monster ist in uns allen drin und so weiter. Und dann packt er dann aber halt doch noch voll die Monsterfratzen aus und das übernatürlich. Und das fand ich echt ziemlich, ziemlich spaßig und fand ich gut. Ich fand es gut umgesetzt und war dann deswegen nicht so glücklich über, zumindest über den Trailer vom zweiten, den man jetzt im Kino öfters gesehen hat. Und ich dachte, oh nee, braucht es das wirklich? Und dann fand ich auch irgendwie das Setting irgendwie, das roch für mich so ein bisschen nach. So, der hatte jetzt Erfolg, jetzt müssen wir nochmal einen zweiten machen. Und ja, also ich hatte eigentlich nicht super viel Lust auf den zweiten, habe mir jetzt aber doch gesehen und bin jetzt doch ganz glücklich, hier zu sein und zu smilen. Das wäre so stark, wenn du den einfach gesagt hast, ich habe den jetzt nicht gesehen, ich bin jetzt einfach hier. Ich habe den zweiten nicht gesehen, ich habe nur den ersten gesehen. Also da kann ich vielleicht erzählen, ich hatte das Vergnügen mit Bekannten, den zu gucken heute und die haben beide den Vorgänger auch nicht gesehen. Aber die hatten anscheinend auch keine Probleme, da irgendwie zurecht zu kommen. Es gibt halt, wie gesagt, zu Beginn gibt es vielleicht so ein, zwei Momente, wo man sich so denkt, so verstehe ich jetzt nicht. Aber das kann man relativ rasch erklären. Also da kann ich schon mal sagen, aus meiner Warte, ihr müsst den ersten Teil nicht zwingend gesehen haben, wäre aber natürlich schon von Vorteil, wenn ihr es getan hättet. Aber ich habe gerade Zero unterbrochen. Zero, wie hat dir der erste Teil gemacht? Der erste hat mir im Rewatch jetzt letztens richtig gut gefallen. Beim ersten Mal bin ich nicht so ganz reingekommen. Es gefiel mir nicht ganz alles so, es war mir nicht hart genug irgendwie. Aber jetzt habe ich den Rewatch, um ein bisschen Cross-Promo zu machen. Wir durften ja Thomas Sieben interviewen mit dem Kollegen Werner zusammen. Gibt es ja auch demnächst bei uns zu hören und zu sehen. Das gibt es sogar schon zu hören und zu sehen, wenn du diesen Podcast hier hörst. Das kann ich gleich schon mal berichten. Perfekt. Und da haben wir mit ihm auch über Smile und halt den Hype und sowas gesprochen und welche Erwartungen wir an Smile 2 haben. Und dafür habe ich den Film nochmal geguckt. Und ich muss sagen, doch, jetzt bin ich ein Jahr älter und bin vielleicht auch ein bisschen reifer geworden. Und hat mir jetzt sehr gut dann gefallen. Gerade dieser psychologische Aspekt, der ist schon abgefuckt, wenn da so einer steht und dich einfach nur so beschissen angrinst. Also sonst sagt man ja immer, warum guckst du doof? Aber irgendwann hätte ich auch Panik gekriegt. Aber eins möchte ich nochmal kurz dazu erwähnen. Ich hatte halt auch zwei Personen, die haben mich nach dem Film auch gefragt, ob ich den ersten Teil gesehen habe. Ich so, ja, klar. Und die meinten dann, wer ist denn gerade am Anfang diese eine Person da, der Typ? Und ich glaube, das ist nämlich das Schwere. Also dafür musst du den ersten halt gesehen haben. Weil sonst kommst du halt in den Prolog halt nicht rein. Den versteht man halt dann wirklich nicht. Wobei im Laufe des Films ja das auch, glaube ich, nochmal erklärt wird. Aber ich muss dir danken, auf jeden Fall Zero, weil du mich jetzt doch wirklich zum Lachen gebracht hast, als du gesagt hast, du bist reifer geworden. Das war wirklich ein Schämt. Hast du es hinbekommen? Chapeau, Chapeau. Okay. Dann fehlt noch meine Meinung zum ersten Teil. Ich mag den. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es für mich ein Horrorfilm ist, der in Sphären aufsteigt, wie jetzt die ersten beiden Ari Aster-Filme oder Rosemary's Baby oder so. Aber ich fand den ersten Teil echt gut inszeniert. Das hat ja auch der Regisseur Thomas Sieben gesagt, dass der wirklich gut inszeniert ist. Und da gebe ich ihm auch vollumfänglich recht. By the way, wenn ihr das Interview sehen oder hören wollt, dann guckt einfach mal in die Beschreibung. Da haben wir euch natürlich den entsprechenden Link eingefügt. Mein Problem mit dem ersten Teil war halt einfach, so gut und so nett ich ihn fand. Aber was mich halt gestört hat, dass der immer, aber wirklich immer nur eine Antwort kannte, nämlich ich erschrecke dich jetzt. Und das so penetrant, dass es irgendwann repetitiv und auch irgendwie öde wurde, weil ich irgendwann nur noch gewartet habe, okay, drei, zwei, eins und dann kam es auch. Trotz allem war das so ein Jumpscare-Festival, was mir dann noch gefallen hat, auch wie, weil Seros ja auch schon erwähnt hat, da schon ein bisschen mehr steckt. Ich würde nicht so weit gehen und smile in die Kategorie, das mache ich hier ganz große R-Quotes, Elevated Horror stecken. Ich glaube, dafür ist er dann doch ein bisschen zu platt. Aber er versucht schon, glaube ich, ein bisschen mehr auszusagen. Dementsprechend war ich vom ersten Teil wirklich doch positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hatte, dass es mir so gut gefällt. Und bin jetzt mit der Hoffnung in den zweiten reingegangen, hey, vielleicht, ich meine, der Regisseur kann gut inszenieren, vielleicht schafft er es jetzt, diesen Horror auf eine neue Ebene zu buxieren. Vor allem, weil ich im Gegensatz zu Reno diesen Setting-Wechsel eigentlich ganz interessant finde, weil während im ersten Teil halt eine Ärztin im Fokus steht, ist es jetzt halt wirklich ein Popstar. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe schon viele Filme im Horror oder Thriller oder Drama oder Komödie gesehen, die halt unter Ärzten spielen oder so, oder Anwälte oder Taxifahrer, aber selten, dass so ein Horrorfilm als Hauptfigur wirklich so einen großen Popstar hat. Und das fand ich, wie gesagt, sehr interessant. Und deswegen war ich neugierig auf den zweiten Teil. Ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog. Und ich glaube, den beschließe ich jetzt, indem ich jetzt was trinke. Und Zero, kannst du unserer Wertenzuhörerschaft eben kurz erklären, Smile 2, ich habe schon gesagt, es geht um Popstar, aber was genau geht es denn? Also, das ist nicht allzu lang. Popstar Kylie Rye, die sich auf ihre nächste Weltturnier vorbereitet, wird jetzt von der bekannten für uns alle Smile-Identität heimgesucht, welche sich jetzt nicht nur langsam in den Wahnsinn verfallen lässt, nee, auch ein düsteres Geheimnis in ihrer Vergangenheit lässt sie nicht mehr los. Und das wird dann so eine schöne kleine Scheißespirale. Und da werden wir gleich mal erzählen, was uns da so gefallen hat, was nicht und ob ihr es schauen solltet. Ich überlege gerade, wenn sie den Film wirklich in Deutschland genannt hätten, schöne kleine Scheißespirale. Ah, oh. Ja. Das ist eine schöne Connection zu einem Gedanken, den ich noch hatte zum ersten Teil, weil man da bei dem ganzen übernatürlichen Monsterzeug auch so ein bisschen direkt gerne mal nach Lovecraft greift. Ich fand jetzt im Nachhinein, wo ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, eigentlich ist der erste Smile ja auch so ein bisschen so die quintessentielle Junji Ito-Geschichte auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht Horror-Mangas. Ist das dieser Uzumaki-Typ? Ja, genau. Und da sind wir wieder bei den Spiralen, wo jetzt auch gerade die Serie läuft. Ich fand, das passt da irgendwie sehr gut rein. Das könnte ich mir sehr gut als eine Adaption vorstellen von ihm mit seinen Figuren auch. Die passen da super gut rein. Und der zweite greift das eigentlich auch ganz gut auf, fand ich. Also vom Feeling her ist das schon so ein bisschen speziell. Es ist nicht nur dieses reine Psycho-Horror. Es ist nicht dieses Kosmische so ein bisschen, aber nicht wirklich. Es ist nicht dieses, weiß ich nicht, nicht super blumhausige Geister-Monster-Dings. Also es ist echt so die Balance irgendwo in der Mitte zwischen A24, Elevated Horror und dem traditionellen, so ein bisschen trashigen Low-Budget-B-Horror. Ja, also ich würde auch sagen, dass ich Smile so, wenn ich so eine Linie hätte und das eine Ende ist Blumhouse, das andere Ende ist A24, würde ich Smile ein bisschen mehr auf die Seite von A24 stecken. Ja, auch in meinem Shop-Set. Ein bisschen kopiert hier und da. Ja, also ich fange mal auch direkt mal an mit dem, was mir am zweiten Teil wieder gefallen hat. Was mich dann auch, glaube ich, wieder dann zurückführt zu einer Sache, die mir ein bisschen missfallen hat. Aber ich fange mit dem Positiven an. Der Film ist mal wieder richtig gut inszeniert. Parker Finn, der Regisseur, das ist ein zweiter Spielfilm. Der kann gut inszenieren. Da sind Sachen drin. Alleine am Anfang gibt es so eine Sequenz, wo eine Figur aus dem Fenster rausklettert. Und jeder andere hätte einfach gedreht, wie er im Raum das Fenster aufmacht und dann rausklettert, schnitt er erst draußen. Aber nee, er folgt ihm wirklich mit so einer fluiden Kamerafahrt. Und davon gibt es ganz viele Momente, wo ich mir denke, Holly Waldfee, für so eine Art von Film wäre dieser künstlerische Aufwand gar nicht notwendig eigentlich gewesen. Ja, total. Und ich finde das wirklich beachtlich, was der Parker Finn da abgeliefert hat. Rino, du wolltest mir beipflichten. Bitte. Ja, das war halt auch eine Sorge, die ich hatte nach dem Trailer, dass ich dachte, jetzt kommt halt so eine Paranormal-Activity-Sierung von dem ganzen Ding. Und dass das jetzt vielleicht höchstens Direct-to-Video-Qualität hat und dann aber ins Kino kommt, weil halt der Erste so groß war. Aber nee, das ist schon, das macht schon was her. Also das ist schon wertig, was da gemacht wird. Auf jeden Fall, die Befürchtung ist komplett in den Wind geschlagen. Das merkt man auch sehr schnell tatsächlich. Ja, ja. Also ich würde so weit gehen und sagen, das Opening ist wirklich richtig stark. Also das Opening, da hatte nämlich der Film, als dann der Titel eingeblendet wird und wir eingeblendet werden und dann das Sounddesign dazu, da dachte ich mir so, okay, okay, du hast mich. Gratulation, ich bin dabei. Aber, ähm, Zero, wie fandst du den Film inszeniert? Hat es dir gefallen oder sagst du so, ah nee, ich als großer Kunstkenner sage, nein, 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 das ist mir nicht kunstfertig genug gewesen. Also ich als feiner Arthouse-Pinkel muss auch sagen, nein, doch, die Kamera war schon stark, aber auch die ganze Zeit durch. Das war halt nicht nur 0815-Horror, wo du sagst, die halten dann mal drauf, wenn was passiert oder mal kurzer Jumpscare. Nee, da waren noch immer so Einfälle, die dich so richtig, diese falsche Warnung mit reinnehmen, wenn die Kamera einfach mal wieder auch das Bild komplett rumdreht. Und das hat einen so ein bisschen schon mit reingezogen. Und gerade der Prolog, der hätte auch aus einem guten Actionfilm sein können. Also die Kamera war da richtig schön aktiv, immer nah dran. Also, das Aussehen war gut. Dann können wir gleich zum Pacing übergehen. Also für mich zumindest hat er sich nicht wie über zwei Stunden angefühlt. Der ging zack durch irgendwie. Der war ordentlich, ordentliches Tempo hat er vorgelegt. Der hat irgendwie nicht, keine Längen für mich gefühlt. Okay, das fand ich, fand ich nicht. Ich fand ihn schon, ich fand, ich fand teilweise gerade so in der Mitte, uh, was, also der, der könnte schon ein bisschen Fleisch verlieren und es wäre irrsinnig schlimm. Ich hätte ihn gerne ein bisschen kürzer gehabt, glaube ich. Ich finde halt, vor allem durch die, der hat halt diese unfassbar dichte Stimmung die ganze Zeit und die wird auch eigentlich fast gar nicht aufgelockert. Also, wenn es mal losgeht mit Skyli, äh, nee, Riley, nee, Sky, Sky Riley, äh, Sky Riley verliert jetzt langsam den Verstand und die erlebt dann halt auch im Prinzip nichts mehr Positives und das, das ist so in der Mitte, da kommt auch so ein bisschen der Plot, so schläft so ein bisschen ein und da dachte ich schon, ah, jetzt könnt ihr aber eigentlich wieder ein bisschen, bisschen Tempo machen. Das war jetzt nicht irrsinnig schlimm, aber ich, dadurch, dass es halt wirklich so von der Stimmung her auch so echt zehrend ist, fand ich es fast ein bisschen anstrengend hier und da. Ja, ich weiß, was du meinst und da komme ich jetzt wieder mit, was ich gerade eben angedeutet habe, dass, dass er gut inszeniert ist, auch wieder so das Problem für mich ist. Er ist halt genauso gut oder vielleicht ein bisschen besser inszeniert als der erste, Teil, aber dieser Film ist halt einfach nur reine Wiederholung und zwar nicht nur halt vom ersten Teil an sich mit ein paar Abstrichen, sondern der Film in sich wiederholt sich andauernd. Es ist im Prinzip immer das Gleiche, sie kommt in irgendein neues Setting, sei es jetzt die Tourneehalle, sei es ihr, ihre Wohnung oder so und dann kannst du davon ausgehen, es dauert drei, vier Minuten und dann kommt halt eben wieder dieser Moment, dass er dann dieser Dämon zuschlägt und das ist wie gesagt toll inszeniert, aber es wiederholt sich wirklich andauernd und das, ich will nicht sagen, dass der Film langatmig ist, das ist auf gar keinen Fall, aber ich habe mich auch darüber erwischt, wo ich dachte, okay, okay, ich weiß jetzt, was passiert und dann passierte es auch, das war zwar gut inszeniert, aber da fehlte mir dann einfach der Wumms, weil mir schon klar war, was passieren wird und das ist für mich, das war für mich die eine Schwäche im ersten Teil und die ist beim zweiten nochmal ein bisschen größer, weil, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach Teil eins. Ja, man glänzt halt auch nach Teil eins. Beim ersten ist mir das, habe ich es glaube ich nicht so empfunden, aber jetzt beim zweiten, wo auch inhaltlich halt so ein bisschen schon das gleiche passiert, nur mit anderem Vorzeichen und Multiplikator davor, ja, ja, ja. Leute, ich gebe euch, ich gebe euch deine Gegenthese mit an die Hand. Ist ja immer schön, immer wenn wir zu dritt sind, seid ihr nie meiner Meinung. Wir sind generell nie da. Das stimmt auch. Nein, ich weiß es nicht. Also, der Reno ist einfach immer so smart und mit ihm die richtigen Worten. Ich hole mir einfach vorher immer die Meinung ein und dann bin ich dagegen. Außer beißtuch. Clever. Die Ärzte haben einen Song über Reno geschrieben, der Song heißt Rebell. Pass auf, wegen dem Pacing, weil sich das für mich nicht so wirklich so lang anfühlt. Also da fand ich den ersten, der hat sich mehr gezogen. Klar wiederholt er sich in seiner Grundstory, aber ich finde, der zweite ist halt genau das, was der Regisseur gesagt hat. Er will nicht das gleich nochmal machen. Ich finde, er hat im ersten ist das alles sehr dramatisch, sehr ernst und der zweite ist für mich schon fast überwiegend Horror-Comedy, weil das so absurde Situationen sind, die dann auch noch immer so ein paar kleine Easter Eggs an andere Filme mit reinsteuern, wo man sich dann auch mal ein bisschen freut. Und er ist natürlich deutlich blutiger und da hast du ordentlich Fleisch dran und das finde ich, das macht ihn noch flockiger, also noch leicht verdaulicher, weil ich glaube, da gab es keine zehn Minuten, wo ich nicht mindestens mal schmunzeln musste. Na, vielleicht 15 Minuten, wo ich nicht schmunzeln musste, weil da so oft so abgefuckter, funniger Scheiß passiert. Also ich fand das hilarious. Also ich kann es schon verstehen, der hatte schon eine schwarze Komik, aber ich fand es tatsächlich irgendwie nicht so lustig, weil dafür tat sie mir einfach zu sehr leid als Figur, da können wir auch gerne gleich mal über die Hauptdarstellung reden. Und ich finde halt, der hat, der hat wie gesagt, der hat tolle Momente, also eine grandiose Szene, die ich auch wirklich instinkt gruselig fand und die auch gar nicht so sehr darauf versessen war, mich zu erschrecken. Ich sage nur so viel, diese Tanzgruppenszene in ihrer Wohnung, großartig, das war wirklich unangenehm, das hatte was Abstraktes, das hatte sowas Diffuses, sowas, wo du das Grau nicht wirklich auch greifen kannst, wenn dann wirklich diese, ich glaube, die Szene kommt, glaube ich, auch im Trailer vor, der, leider, der Trailer ist wirklich furchtbar, aber die Szene ist super. Die wirkt auch wie so ein Musikvideo irgendwie, so ein bisschen, was natürlich zur Thematik total gut passt. Genau, und der baut ja auch da auf, weil wir sehen sie ja zu Beginn des Films auch proben für ihre Tournee und dann wird sie halt von so Tänzern auch so hochgehoben, wo ich mir denke, ich stelle mir das so unangenehm vor, wenn du so von Gefühl zu zwölf Händen hochgehoben wirst und jeder betatscht dich und das ist so ein Horror, den kann ich auch nachvollziehen und vor allem, wie ich schon sagte, das ist eine ganz wenige Momente, wo ich nicht das Gefühl habe und jetzt kommt er wieder um die Ecke mit der großen Pauke und versucht mich zu erschrecken und ja, ich zuck zusammen, aber es bleibt davon nichts übrig und diese Tanzsequenz in ihrem Apartment, in ihrer Wohnung ist, so ehrlich muss ich sagen, was, wenn es um das Thema Schrecken, Horror und Grusel geht, die beste Sequenz im ganzen Film, weil die nehme ich halt mit, alles andere in dem Film hat mich bespaßt, hat mich erschrocken, war gut gemacht, aber ich kann nicht behaupten, dass ich, als ich jetzt nach Hause gefahren bin mit dem Zug auch nur annähernd nochmal dran gedacht habe. Aber pass mal auf, gerade bei der Szene kommen ja die Momente von ihr, wo sie zu der Tür schaut und dann wieder dahin, das ist ja schon fast Comedy-Timing, also darum fand ich es das. Ja, aber pass auf, das ist das Interessante, weil Comedy und Horror liegen echt nah beieinander und ich verstehe deinen Punkt, aber für mich, ich fand das gruselig. Ich fand das gruselig, weil du weißt halt, du musst es aus ihrer Perspektive sehen, sie bemerkt so, okay, sobald ich weg gucke, kommen die näher, also was mache ich jetzt? Das ist, also allein dieser Druck da, das fand ich wirklich gut umgesetzt und ich wiederhole mich hier, Parker Finn kann echt richtig geil inszenieren, nur halt eben, ich finde, er sollte vielleicht mal versuchen, nicht alle seine grusel Sequenzen mit einem Jumpscare aufzulösen. Ich meine, ganz ehrlich, im ersten Teil gibt es einen Jumpscare, der entsteht dadurch, dass sie eine Katzenfutterdose aufmacht. Irgendwo ist doch mal gut. Ja, gut, wenigstens sind hier in dem Film, glaube ich, alle Jumpscares, zumindest keine Fake-Outs, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es sind alles authentische, echte Jumpscares, die sind aber auch schon, na gut, damit habe ich mich jetzt hier abgefunden, das gehört halt einfach dazu. Normalerweise bin ich da auch kein großer Fan von, hier ist das halt Teil vom Rezept und wenn es nicht drin wäre, wird auch was fehlen. Ja. Und ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich ein paar Mal gegrinst habe oder gelacht habe über diese Absurdität auch einfach oder auch einfach diese Heftigkeit, teilweise von der Gewalt, die da gezeigt wird und einfach die Absurdität von der Situation, aber die Grundstimmung an und für sich, die finde ich halt überhaupt nicht. Also, dass das irgendwie Comedy angrenzend ist oder so, würde ich sonst so überhaupt nicht unterschreiben. Es ist von der Stimmung her, es ist schon immer super dicht und super dense und dadurch, dass es halt auch so dieses Popstar-Ding ist und Sky auch so eine sehr intensive Figur ist, auch in ihren Reaktionen um allen, ist es halt auch irgendwie sehr hyper zwischendurch. Also, es ist schon echt auf elf gedreht, hier und da alles und dazwischendurch. Kriege ich da auch wieder ein bisschen ruhige Zeiten, aber es ist schon, also, zweimal am Stück würde ich den so nicht gucken. Da bin ich, glaube ich, völlig fertig. Und was natürlich auch noch hinzukommt, er verhandelt natürlich auch wieder dieses Thema Trauma und Traumabewältigung und jetzt kommt hier noch ein bisschen halt das Thema, ich würde sagen, Sucht mit hinzu. Wenn es jetzt auch nicht so krass ausgebaut ist, sage ich mal, aber auch da muss ich halt sagen, auch da wiederholt sich Parker Finn halt einfach zu sehr für meinen Geschmack. Auch da denke ich mir, okay, es ist halt wie gesagt der erste Teil und ja, diese Popstar-Welt ist mal was anderes, aber, und verstehe mich falsch, ich kam zufrieden aus dem Film raus, ne, aber ich dachte mir auch so, boah, der Typ kann was, aber Smile 2 ist so, so eine Art Fingerübung so ein bisschen, so der erste Teil war erfolgreich, ich mache jetzt nochmal den zweiten und ich bin echt gespannt, was der wirklich, ähm, als nächstes macht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Smile 2, wenn er mal ein großer, erfolgreicher Superregisseur wird, dass Smile 2 wirklich in den Annalen seiner Filmografie eine wirklich große und, äh, ja, imposante Rolle einnehmen wird. Sein nächstes Projekt ist auch hier, was schon lange irgendwie ansteht, ist doch Possession, dieses Remake dazu. Uh, uh, okay, okay, das konnte, das konnte interessant sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch irgendwie mit Robert Pattinson, zumindest als Produzent, ist der schon mal mit am Start. Ja, hier von, wie heißt der, wie spricht man das aus? André Zulaski. Ja, ja, genau. Und, äh, Possession ist ein ganz netter, süßer, kleiner Beziehungsfilm mit DDR und Tentakelmonster. Ja, richtig. Richtig. Ist auch, wow, wir haben, dann, dann haben wir, Isabel Adjani, Remake, äh, ja, mit Nosferatu und dann auch noch Possession gleich nochmal hinterher. Geil. Aber Leute, ich muss ganz kurz noch, bevor wir dann doch zur Shop gegangen, ich muss meinen Humorpunkt nochmal verteidigen. Dass die Leute nicht glauben, ich hab eine komplette Klatsche. Nee, sorry. Nur weil der Smile heißt, Zero heißt das nicht, dass der Witzig ist. Ja, Leute, zwei Momente, da könnt ihr mir nicht sagen, dass das nicht, also, es ist kein guter Humor, weil da musste ich auch nicht lachen. Einmal, einmal die angeschissene Hose. Ja, das war halt auch, das war so ein Absurditäten. Da muss ich auch sagen, ey, ganz ehrlich, also kurz zur Erklärung, sie hat halt so ein Fotoshooting, der ist halt so ein Fan und der ist halt genauso skizziert, wie man sich so klischeehaft so super abstoßende Groupies vorstellt, schlechte Haut, wahrscheinlich schmüffelt der auch, hat einen sehr seltsamen Kleidungsstil, das war mir, das war mir echt zu billig. Also ich mochte den Effekt, also dann da wirklich, sag ich mal, also wenn da noch was passiert in der Wohnung mit ihm, aber diese Unterhose, das war dann so, ach ja, das, das war, ich glaube auch nicht, dass es als Witz gemeint war, ich glaube wirklich, das war so ein bisschen, um Ekel zu erzeugen, weil der Film hat ja durchaus auch so Ambitionen, dich auch zu ekeln und, ja, aber, nee, da, ich kann dir sagen, was ich lustig fand, das hat zwar nichts mit irgendwelchen Dämonen oder so zu tun, aber ich fand es sehr amüsant, wenn sie versucht, ihre Freundin anzurufen und wir dann sehen, was sie jetzt zuletzt geschrieben hat, das fand ich sehr amüsant. Ja, genau, das war auch gut, ja, also wie, wie meldet man sich nach sowas wieder, so, hm, hallo, ja, das war gut, ich weiß auch nicht mehr genau, wo, wo ich es dann noch witzig fand, aber, äh, also ich verstehe Seros Punkt, nicht falsch verstehe, ich dachte mir auch, das ist ein sehr schwarzhumoriger Film, wenn du darauf, wenn das die Art von Humor ist und, sei mir ehrlich, Seros Seele ist, ist, ist schwarz wie der Monolith aus 2001, ähm, dann, hast du damit auch eine gute Zeit, das soll jetzt auch, wie gesagt, no judging, ne, ich kann das schon nachvollziehen, ähm, aber halt bei mir muss ich sagen, ich hab's gesehen, dass es durchaus auch als schwarze Komik wahrgenommen werden kann, aber dafür war mir die Thematik des Traumata dann doch irgendwie zu präsent. Ja, seh ich auch so, man fühlt das halt schon auch die ganze Zeit. Empathie, schlag es nach. Also, alle meine empathielosen schwarzen Dämonen, Dämonen, Leute, das ist Comedy Gold. Alle anderen, genau. Hab Angst, komm, hab einfach Angst. Ja. Aber lass uns mal bitte jetzt mal über die Hauptdarstellerin reden, Naomi Scott, äh, die kennt man eventuell aus der, naja, aus den letzten Drei Engel mit Charlie verfilmen, gut, die hat eh keiner gesehen, aber aus, sie war Prinzessin, die ist ja Prinzessin Jasmin, in dem Guy Ritchie-Aladdin, mit Will Smith und, äh, von Guy Ritchie, und die ist jetzt hier als Sky Riley zu sehen und auch wenn ich der Dame nichts Böses will, ich fand ihre Performance wirklich gut, ähm, mehr aber auch nicht. Ich fand die zweckmäßig, ohne es jetzt böse zu sagen, zweckmäßig, Zero. Was sagt dein schwarzes Herz zur Performance von Naomi Scott? Also, ich bin ganz ehrlich, ich fand die richtig gut, ich hab sie richtig abgefeiert, weil ich finde halt, das kommt eigentlich sogar erst noch in meinem Fazit, ich kann es gerne vorwegnehmen, ich fand, dass sie halt wirklich die Emotionen, die sie bringen sollen für den Film, die hat sie halt jedes Mal auch rausgehauen, also sie, sie muss den Film ja tragen, sie ist unsere Hauptfigur und sagen wir mal 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, hat sie uns an der Backe, wie wir sie verfolgen und wissen wollen, was da abgeht und man bleibt halt schon dran und das hat sie hingekriegt, also sie, sie zählt den Film, muss sie ja auch, aber du hast eine, eine Hauptrolle von ihr unterschlagen, sie war auch der Pink Ranger, Power Rangers. Stimmt, stimmt, also diesen Power Rangers Film, den mochte ich so ganz gerne. Ja, der ist gar nicht so scheiße, wie alle sagen, aber wie gesagt, ich fand, ihr Schauspiel, das, was sie halt abliefern muss, bringt sie irgendwie mit Bravour rüber und das hat mich ordentlich bei mir abgeholt, also ich hab mich dran gehalten, ich hab zwar zwei, drei andere Highlight Darsteller noch, die ich halt vom Unterhaltungswert besser fand, aber sie fand ich auch schon dafür, dass er das alles tragen muss, schon richtig stark. Ja, ich fand, ich fand's echt auch gut, weil ich find das auch immer schwierig, wenn man so Popstar Filme hat oder so, weil die halt auch so ein abgehobenes Leben haben eigentlich, mit dem man als, außer du jetzt du, aber wir normalen Leute halt schwer connecten können irgendwie mit dem Alltag. Genau. Und dann muss sie dann halt trotzdem diese Emotionen und diese Nähe irgendwie rüberbringen, obwohl sie ja, das ist ja auch ihre Rolle, dass sie so ein Popstar ist, der so ein bisschen die Connections zu Freunden und so weiter halt abgesäbelt hat, durch ihren Erfolg oder nicht, oder ob's durch den Unfall da passiert ist, das weiß man nicht so genau, aber die ist auf jeden Fall distanziert irgendwie und dafür, ich find das schwierig, also ich wär jetzt nicht irgendwie super gern befreundet mit so einer Person, glaub ich, aber sie bringt es gut rüber und auch eben, wenn sie dann verletzlich sein muss und auch diese Szene, wie sie da im Auto hängt und einen großen Moment einfach wirklich nur am Verzweifeln und am Schreien ist, das fährt schon ein. Also das macht sie schon, finde ich, macht sie schon sehr überzeugend, aber sie ist halt, sie ist nicht durchgängend so sympathisch irgendwie, aber das ist halt der Charakter und den macht sie gut. Ja, also ich find auch, ist echt gut, dass sie halt nicht durchgängig sympathisch ist, weil Figuren, die durchgängig sympathisch sind, sind auch meistens durchgängig öde. Das ist wahr. Und ich möchte es nicht falsch verstanden wissen, also ich fand sie jetzt nicht furchtbar, aber ich fand sie, ich fand sie, wie gesagt, ich fand, die hat das gut gemacht, aber für mich, glaub ich, jetzt auch keine Highlight-Rolle. Also, aber wie gesagt, ich bin ja auch ein schlimmer Mensch, also ich bin ja quasi fast so schlimm wie Zero. Aber pro Zero, was den Zero bestimmt sehr gefreut hat, ist, als er erfahren hat, dass Smile 2 im Gegensatz zum ersten Teil eine FSK 18-Freigabe bekommen hat und der Zero hat ja gerade eben schon ganz dezent durchschimmern lassen, fand es schon ganz geil, dass in Smile 2 anscheinend die FSK 18-Freigabe auch ausgiebig, ja, ausgeschöpft wird. und um gleich jetzt den Vergleich mal hier wegzuschieben, erwartet bitte jetzt kein Blutfest wie in Terrifier. Das ist es definitiv nicht, aber ich muss auch sagen, der erste Teil war schon ordentlich blutig, der zweite Teil ist nochmal eine Spur blutiger, eine Spur härter und ich frage mich und ich weiß, ich glaube, ich weiß Zero's Antwort, deswegen stelle ich die Frage erst mal Serino, um schon mal mein Team hier zu bilden, ja, um da gleich gegen Zero anzutreten. Ich habe nichts gegen Gewalt im Film, aber es gab so ein paar Momente, wo ich mir dachte, hättet ihr euch eigentlich sparen können, weil mir persönlich bringt das jetzt eigentlich nichts. Wie siehst du das? War es dir zu viel Gewalt? Sagst du, je mehr Gewalt, desto besser oder hast du dazu vielleicht überhaupt gar keine Meinung, bist langweilig? Na, ich fand es eigentlich ganz gut dosiert. Also die, die erste richtig heftige Szene, naja, obwohl nach dem, nach dem Prolog, die muss reinhauen, das tut sie auch, obwohl ich sagen muss, dass man hier und da auf der großen Leinwand schon die, die Prostetix doch ein bisschen deutlich sieht, hier und da an ein paar Stellen. Also es ist, es ist ganz witzig, weil, an manchen Stellen ist es dann schon sehr deutlich Plastik und, also erstaunlich teilweise sogar und dann aber auch wieder gar nicht. Ein bisschen zu viel CGI im Blut teilweise, das fällt auch so ein bisschen negativ auf hier und da, so man sieht halt einfach, dass das, dass das Computerblut ist. Aber sonst von der Dosierung fand ich es eigentlich, eigentlich schon ordentlich. ich, ja doch, doch, der darf damit, damit soll der eigentlich nicht geizen, das macht er, das macht er auch nicht. Ja, nee, nee, war, hätte ich, hätte ich nicht mehr gebraucht, tatsächlich. Ich fand's auch wirklich von der Heftigkeit her, war's schon, ist schon weit oben, muss man, muss man schon sagen, ist schon weit oben und ich würde jetzt aber auch nix rausnehmen. Also, ich finde jetzt nicht, dass der Film komplett auf Gewalt versichten sollte und diese, ich nenne es mal diese Punch-Szene nach dem Prolog, ich sag nur Gewichte, die ist auch richtig gut, die hat mir auch wirklich gefallen, vor allem, weil der Film ja danach auch so ein bisschen spielt, ich sag nur, diese Spiegelszene, wenn hinter ihr etwas steht und der Mann hinter ihr sich mit überwegt, toll gemacht, aber es gab halt so wirklich ein paar Momente, wo es, es war schon gut gemacht, aber es wirkte dann auch irgendwie so ein bisschen redundant und auch so ein bisschen billig. Also, wenn dann sich eine Figur irgendwie mit einer Scherbe halt irgendwie wieder den ganzen Hals irgendwie mehrfach aufsticht, ist so, okay, ja, es ist blutig und, aber es hat für mich einfach den, keinen Effekt mehr irgendwie, aber sehr hoch. Ja, das fand ich auch die schwächste Szene, auf die du gerade anstiegst. Aha, ich wusste nur das auf der Seite. Auch Effektemäßig fand ich die nicht überzeugen und die kommt halt, nachdem man schon Schlimmeres gesehen hat. Aber, Zero. Okay, ihr kleinen, ihr kleinen Jungfrauen hier. Also, ich muss sagen, ich fand es natürlich sehr stark mit dem ganzen Blut und ich kann es du da nur zustimmen, das ist mit Terrifier jetzt auch nicht zu vergleichen, obwohl es nach dem Kino habe ich ein paar Stimmen gehört, die das gesagt haben, warum kommen jetzt auch so Terrifier-Sachen jetzt auch in dem Film vor, weil denen das dann doch schon deutlich zu viel Gore ist. Ich muss sagen, ich finde das gut, ich hätte auch noch ein, zwei Szenen gerne mehr gehabt, aber es war schon so okay. Würde auch Rino zustimmen, dass wenn CGI kommt, gerade irgendwo zum Schluss, sieht das manchmal ein bisschen behämmert aus und da denke ich mir auch so, hätte man vielleicht anders regeln können. Ich muss dazu aber auch sagen, ich fand gerade halt, ja, die, die Hantelszene, die war schon stark, die war wirklich stark, weil ich auch gerade die Figur, die das gespielt hat, ich fand den absolut funny, wie der so drüber die ganze Zeit war und dann mit dem Ding, das kam richtig gut und die Szene mit dem Aufschneiden, ja, das wird so häufig jetzt benutzt, also in vielen Filmen, ne, das war früher bei Evil Dead Remake, da war das nochmal ganz funny und ganz neu, da dachten alle, wow, wie schlimm ist das, jetzt kommt es in jedem, ja, nicht zweiten, aber jetzt schon vierten, fünften Horrorfilm, die etwas härter ist, kommt da so eine Szene vor, wo jemand sich mit einer Scherbe oder sonst was selber aufschlitzt, wird auch schon ein bisschen langweilig, ein bisschen zu abgefuckt, öde, aber trotzdem, ich liebe es, ich kann nichts anzeigen, das hat mir so einen Spaß und das ist die Sache, okay, ich lache dann über so eine Dinger, weil mir die, die sind zu weit weg von, das ist jetzt ernst, also die Szene, wo ich wirklich dachte, Autsch, ist wirklich da, wo sie auf das Klavier mit dem Kopf drauf geht, da dachte ich so, oh fuck, das tut weh. Ey, nee, ganz ehrlich, weißt du, was meine Todesszene ist, ich bin halt einfach kein Fan von Nadeln und es gibt halt so eine Krankenhaussequenz, wo sie sich so eine Kanüle, das war die Moment, wo ich dachte, okay, Alter, zeig mir alles, Enthauptungen, Entdärmungen, wie immer es heißt, vollkommen egal, ja, fackel dich um, oder so, aber zeigt mir nichts mit Nadeln, das war, das war mein, da fand ich, da fand ich aber tatsächlich, das war auch eine der beiden Szenen, wo man sehr die Plastikprosthetics irgendwie gesehen hat. es heißt trotzdem bei mir funktioniert. Ja gut, das ist ja dann eine gute Sache. Aber nur um das auszubauen, für mich ist dann, wenn hoher Gore-Gehalt ist, ist es eher so funny unterhaltsam, aber gar nicht mehr diese Härte, weil es halt so weit weg meist von der Realität ist, wo du dir sagst, ey komm, jetzt mal ernsthaft, also das ist jetzt so übertrieben, aber wirklich diese kleinen Sachen, wo du dir denkst, oh, das kann wirklich mal schnell passieren, da bin ich dann auch eher so und sage, oh fuck, das tut weh, weil da bin ich auch kurz zusammengezuckt, aber diese Art so, Autsch, und eigentlich ein ganz normales Ding, man kann öfter mal mit dem Kopf auf eine Platte kommen, also das ist jetzt nicht so die gorrigste Szene der Welt, da passiert auch nicht großartig viel, aber da dachte ich auch, und bei allen anderen dachte ich eher so, boah, geil, und wie halt Rino auch, das sieht mal besser, mal schlechter aus, aber immer so ein Lachen im Gesicht, wie der Film halt auch. Was auf jeden Fall richtig krass aussieht, und da muss ich nochmal Chapeau an die Schauspielerin sagen, weil ich glaube nicht, dass sie das irgendwie getrickst haben, aber die Frau kann ja ein Liter Wasser wegziehen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das war, das war fast das Unangenehmste irgendwie im ganzen Film. Nicht nur wegen dem Product Placement, da war es so ein bisschen... Kurz erklärt, die Hauptfigur, die hat halt ein Drogenproblem, wir sagten es schon, es geht auch um das Thema Sucht, und dann soll sie halt immer, wenn sie jetzt Bock hat auf einen Drink, einfach mal so ein Wasser, ein Glas Wasser trinken, und dann gibt es diese Marke, die, wo vermutlich die Wasserflasche genauso viel kostet, wie drei Kisten Geroldsteiner, und dann kippt die sich das Zeug wirklich dann, also das ist, ich musste danach wirklich aufs Klo. Wirklich. Das war so, wie ich dachte, meine Arme bladen. Und dafür, wie deutlich das auch immer inszeniert wird, der Plotpoint, er hat dann seinen kleinen Pay-Off, aber, aber ich dachte immer, das wird noch wichtiger, so krass, wie das inszeniert ist, aber es ist nur ein klein bisschen, es wird dann für einen Hook, wird es benutzt, aber für mehr auch nicht, ich hatte es, ach, na gut. Ich, ich muss nochmal sagen auch, dass der Film halt trotz allem auch wirklich, wirklich schönes Szenenaufbau hat, also auch Ideen, also zum Beispiel, wenn Situationen aus der Vergangenheit in der Gegenwart nochmal vorkommen, oder in ihrer, ich nenne es mal dieser Scheinrealität, ja, ich sage nur Autounfall, da sind wirklich richtig tolle Ideen drin, die Parker Finn hier verbaut, ähm, aber mal ganz ehrlich, und das ist jetzt so, ich versuche es so zu, zu versuchen zu erklären, ohne zu spoilern, aber ich fand tatsächlich, es ist am Ende, also, die letzte Szene war grandios, die war richtig grandios, und die war richtig, wenn man darüber nachdenkt, war die vor allem, ist die, oder ist sie, ultra fies, wirklich, ultra fies, ähm, ja, aber, es ist so ein bisschen, dieses, wie soll ich sagen, easy out, ne, eigentlich, ja, ne, der Weg dorthin einfach, weil letztlich, ja, ich versuche gerade dafür Worte zu finden, ohne es zu spoilern, aber egal, was ich sage, es ist gespoilert, also, ich weiß, was du meinst, kennt ihr, oder kennt ihr Dallas, die Serie Dallas, ja, wenn irgendwie Bobby erschossen wird, und dann kommt raus, das war alles nur ein Traum, und, ich hab die Gefühle rückblickend, dass die ganze zweite Hälfte von Smile, Smile 2, genau so ist, und das ist, es ist effektiv, aber es ist nicht so, nicht elegant, und es ist auch erzählerisch nicht so toll, finde ich. Ne, das war mir auch tatsächlich zu viel, und ich fand dann auch das Ende, Ende, Ende nicht wirklich originell genug, auch wenn es ganz cool ist, ich hätte quasi den anderen Farben interessanter gefunden, und da für die Szene, obwohl die dann der Höhepunkt sein soll von dem Ganzen, finde ich, setzt es auch auf den ersten Teil jetzt klar vom Scope, und was weiß ich, schon was oben drauf, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, ganz ehrlich, muss ich sagen, ich war, ich war die ganze Zeit sehr dabei mit dem Film, aber, aber das Ende, Ende, na, das hat mich wieder ein bisschen verloren, da hätte ich mir echt, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, einfach. Ja, ich hätte, ohne, ohne zu spoilern, ohne zu spoilern, das ist halt schwierig, ähm, ich sehe das auch so, also ich hatte ja gesagt, ich finde das auch so ein Easy-Out-Ding eigentlich, aber, ähm, es ist eigentlich ja wohl klar, der erste Film hat so viel Asche reingebracht, von 17 Millionen Ausgabe, über 2 Millionen eingespielt, die werden ein Teufel tun, um diese dämonische Kuh nicht weiter zu melken, und da müsste es ja jedem, der wenigstens 2 gehören zu Ende hat, klar sein, dass der Film auf jeden Fall kein konstantes Ende hat, wo dann die ganze Reihe zu Ende ist, ne, also, das müssen sie sich auflassen, weil die wollen ja noch Geld machen, ob das der Lasseur weitermacht, wovon ich ausgehe, der hat ja so ein First-Look-Deal, ähm, hier mit Paramount ist das ja, ne, ja, und, ey, ja, aber ich mag sowas auch mal nicht, ich hab auch lieber gerne dann so ein Abstand, Abschluss, und dann macht irgendwie, was kann man auch, es schlägt einen Blitz in den Grab ein, wir kennen das doch aus Horrorfilmen alle schon, ey, ist mir egal, wie er die Sache wieder zum Leben bringt, aber ich möchte den Film auf jeden Fall auch mal einen Abschluss haben, dass man dann denkt, äh, okay, cool, da haben sich was Gutes gedacht, wie man die Sache auch mal beendet, und dann bringt es mir egal, wie Hanebüchen wieder zurück, ne, im nächsten Teil, und macht dann da was Geiles draus, aber so finde ich das auch mal ein bisschen, ja, es ist halt zu oft jetzt passiert, in den, ja, letzten 2, 3 Jahren, wenn nicht noch länger. Was ich mich halt frage, der erste Teil endet halt, und nimmt der zweite Teil in Bezug darauf, also die sind schon ein bisschen verbunden, aber jetzt nicht so stringent verbunden, und nach dem Ende von Teil 2, bin ich halt echt gespannt, wie sie es mit Teil 3 machen, ob sie das dann aufgreifen werden, was der ganze Schluss passiert, oder ob es wieder so eine Nullrechnung wird, dass sie wieder von vorne anfangen, ähm, weil ich muss auch sagen, ich kann, also ich finde es ja ganz cool eigentlich, dass dieser Dämon so gut wie unbesiegbar erscheint, aber, das hat ein Kollege gesagt, irgendwann will man mal auch, dass er das Scheiß viel ernst in die Fresse bekommt, um es mal so zu sagen, und, ähm, es ist ja, ich sag mal so viel, Trilogie, vielleicht ist es ja so, dass in Smile 3 dann jemand kommt, und dann wirklich es mal schafft, mal diesen Dämon Einheit zu bieten, ähm, wie gesagt, ich gebe da sehr vollkommen recht, solange das Ding gut läuft, da wird Paramount von denen so viel machen, das glaubt ihr gar nicht, ich bin mir jetzt schon sehr sicher, wenn der hier auch nur ansatzweise so gut läuft, wie der erste Teil, haben wir in drei Jahren spätestens Smile 3, gar keine Frage, und ich werde da reingehen, und bin dann gespannt, ich, äh, muss aber auch ehrlich gesagt, ich wäre nicht dafür, ob es Parker Finn den inszeniert, ich wäre dafür, dass der sein Talent vielleicht mal ein bisschen woanders, äh, ausnutzt, wie gesagt, bei einem Possession Remake, oder aber, und das, ähm, sag ich jetzt nicht nur, um Zero zu ärgern, hey, Terrifier 4, Parker Finn inszeniert, der Millionen macht, äh, die Special Effects, dann könnte dann die Terrifier-Rei endlich mal einen guten Film bekommen. Es sind bisher schon sehr gute Filme, also zumindest zwei sehr gute, äh, aber ich schwimme da zu, ich, ich sehe das auch, aber das sehe ich eigentlich teilweise bei vielen Reihen, dass irgendwann halt, der, der das inszeniert hat, äh, der sollte dann auch abgeben, ne, Star Wars ist ja auch so ein gutes Beispiel, ne, Lukas war irgendwann auch mal an der Zeit, dass er da mal ein bisschen zurücktritt, und, ja, und das sollte dir auch passieren, er kann erst Drehbuch wieder schreiben, oder mitschreiben zumindest, weil es ja sein, sein Baby sozusagen ist, das finde ich alles, alles okay, dass man seinen Input reinhaut, aber dann sich wieder auf den Regießstuhl zu setzen, und alles zu vereinnahmen, ich glaube, das ist mal auch zu verkopft, dann Kill Your Darlings ist dann, glaube ich, noch schwerer, weil irgendwann willst du deinen Dämon auch nicht töten, weil du den selber so geil findest, und sagst, ach, der fickt die jetzt alle, in 100 Teilen, und, ja, will aber keiner sehen, nach dem 80. Teil wahrscheinlich. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Smile 2 loswerden wollt, außer euer Fazit? Ich hab noch zwei Sachen. Einmal, was mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, ist halt, der spielt, also ein Logiklimbo, nenne ich es mal, man muss schon viel kaufen, es kommt nämlich noch eine Figur mit rein, die überhaupt das Ding ins Räumen bringt, damit sie weiß, um was es da überhaupt geht, weil sie hat ja null Ahnung eigentlich, um was es geht, und da muss man auch, das muss man kaufen, wie der halt hineinkommt, in ihr Leben sozusagen, und das fand ich auch, ja, ist halt ein Horrorfilm, das muss man auch wie fressen, sonst hat man, glaube ich, am ganzen Film keinen Spaß, weil da paar so eine Dinger sind. Meinst du den Maurice, der ihr erklärt, wie die Regeln funktionieren, mit diesem Dämon? Okay, ja, da kann man noch, also das kann ich jetzt nicht sagen, aus Spoilergründen, aber da, glaube ich, ist das gar nicht so sehr logisch abhängig, sondern das ist, das gibt schon, glaube ich, Sinn. Boah, ich ver... Also... Schwierig, also sie ist ein großer Star. Wir reden da gleich drüber, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die aus sind, die Dinger. Wegen Spoiler. Ach so, meinst du das? Ja, nee, ich meinte jetzt nur, ohne zu spoilern, sie ist halt trotzdem ein großer Star und eigentlich ein riesiger Weltstar ist ja eigentlich für Normalpeople, wie wir eigentlich alle sind, außer du, sehr unerreichbar und dann kommst du als jemand, der nicht auch im gleichen Dunstkreis ist, erst mal gar nicht die Person dran und das fand ich... Aber das wird schon erklärt, finde ich, wie er rangekommen ist. Ja, aber... Naja. Also da, also klar kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen unrealistisch, aber nicht unlogisch, also da ist eher die Frage, ist er denn wirklich, Spoiler, sorry, ich... Ich weiß, was du meinst, aber wie es erklärt wird, im Film ist es halt Quatsch und da gibt es auch noch einen Handlungsfaden im Prinzip, der mit so ein bisschen Tension angedeutet wird, der komplett fallen gelassen wird. Da geht es ja doch irgendwie darum, dass sie eben einen Todesfall witness und eventuell auch Dinge da lässt, die sie an diesen Tatort zurückführen. spielt null Rolle mehr. Niemand, niemand meldet sich da irgendwie, was das angeht und ja, das ist mir dann am Ende auch aufgefallen, aber naja, das... Als Antwort, ob kotze DNA enthält, bekommt sie nur die Antwort, es kommt darauf an. Ist das so? Genau, sie googelt das doch und dann so, has vomit DNA und dann kommt dann bei Google die Antwort, it depends. Ah, okay, ich würde jetzt sagen, die Antwort ist ja. Ja, also wir wollen jetzt hier in der, also ich weiß, was ihr meint, aber ich fand es halt nicht so schlimm. Nein, das ist bei der Art Film, ist mir das auch egal, aber es sind schon, also bei dem Dings, wie der da an die, an ihre Nummer kommt, im Prinzip, da habe ich schon mit den Augen gerollt, weil das ist einfach, ja okay, das ist von jetzt. Ja, aber wie gesagt, das wurde, glaube ich, also erklärt es ja, wobei, und da ist auch wieder die Sache, Spoiler, also wie gesagt, Zero, du hast doch ein Thema, bevor wir jetzt hier, im Endeffekt, wie der Film sich auflöst, ist das dann wieder in der Logik mit verankert und würde passen, theoretisch, wenn man da ganz großen Kreis zieht. Und ein anderes Ding, wenn ich auf jeden Fall noch mal erwähnen will, ist, das hat der Dailen Gelula, hier, Gemma, ich fand die auch sau witzig, also diesen trockenen Humor, gerade am Anfang, wo sie das erste Mal in der Wohnung steht und die Mutter reinkommt, boah, ich fand die super funny. Ja, die war super, die war auch der, der sehr benötigte, ganz leichte Comic Relief, den dieser Film hat. die einen sehen es so, die anderen anders. Ja, also jetzt abgesehen eben von, von den anderen Sachen, aber der offensichtliche, auf so gemeinter Ebene, äh, Comic Relief, äh, war sie, und das war auch echt bitter nötig, finde ich. Also, so als, als Figur, mit der wir auch ein bisschen connecten können, besser als mit dem Popstar, wo es halt eben nicht immer funktioniert, war sie, war sie absolut großartig. und was dann auch mit ihr, äh, gemacht wird als Charakter und, und die Rolle, die sie hat im Film, ist, fand ich auch ziemlich, ziemlich prima. Äh, ja. Und, ähm, kurze Sachen nur, also da muss man die Imagination ein bisschen strecken, glaube ich auch, oder, bisschen drehen. Ich finde, der verneigt sich halt auch vor vielen anderen großen Horrorfilmen zwischendrin, so kleinen Szenen, die man, da kann man schon ein bisschen ein paar andere Horrorfilme mit raussehen, aber nur wirklich in Nuancen, das fand ich auch ganz schön. Also dieses, ähm, Easter Egg suchen. Ob das jetzt gewollt war, ich hoffe es mal, weil, ich fand das schon sehr auffällig, ein paar Szenen, die Tanzszene hat mich ganz stark auch an Suspiria halt auch erinnert. ne? Mmh, Suspiria, ja, wo auch der Soundtrack so ein bisschen hier und da, äh, Soundtrack auch sehr alt, fand ich. Also sehr, sehr gut eingesetzt im Film, sehr gut, äh, verwoben mit dem Ganzen, auch die Songs, die, äh, äh, Sky, dann macht, die, die, die sind auch nicht zu viel, die sind auch nicht zu lang, also es ist nicht ein Musical, wie, äh, was bei anderen Filmen so kritisiert wird, äh, ist es definitiv nicht und, auch wenn man jetzt auf der Schiene, äh, nicht so fährt, äh, ich fand das durchaus erträglich und wie es dann eingewoben ist, auch, das ist halt auch so eine, so eine super, äh, basslastige, äh, Popmusik, die halt, das ist nicht so Blümchenpop und das passt dann da ganz gut rein und wie es verwoben wird mit dem Rest ist, ist schon nice. Ich hab mir da noch einen richtigen Banger erwartet für den Abspann und das kam leider nicht, äh, das ist noch eine verpasste Chance eigentlich. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich merke, da bin ich einfach nicht popaffin genug, weil ich fand die Musik, die sie da zum Besten gab, fand ich komplett, war so ein bisschen nichts sagen für mich. Nee, es, es, es geht mir auch weniger um die Songs selber, sondern mehr um die, die Effektlastigkeit von der, von der Inszenierung von dem Ganzen, die tiefen Bässe, das, äh, so ein bisschen das Synthwave-mäßige Ding, war schon geil. Also der, 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 ich bin nicht der Score-Guy hier, das ist ein anderer aus unserer Redaktion, aber wenn ich den Score beschreiben müsste, dann einfach, bumm, 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 einfach so ein Wumm an die ganzen Zeit. Und das ist effektiv, das ist total effektiv, gar keine Frage. Okay, Zero, hast du sonst noch irgendwas auf deinem Zettel oder können wir jetzt endlich zum Fazit kommen? Jetzt können wir zum Fazit kommen. Alles klar, dann ist jetzt Fazitzeit. Ihr Lieben, eure Meinung bitte zu Smile 2, siehst du es auch? Und wisst ihr was, weil ich einfach so ein netter Typ bin, fange ich mal einfach an. Heißt der eigentlich tatsächlich auch, äh, siehst du es auch wie der Erste? Genau, er heißt wie der Erste, nur, dass er noch nur zwei im Titel ist. Das finde ich ja unkreativ, da hätte man schon nochmal einen extra deutschen Untertitel geben können. Siehst du es noch? Ja. Gelacht wird später. Genau. The Smiling. Geht zum Lachen in die Hölle, genau. Ja, richtig. Uh, uh. Ja, ja. Okay, das ist eine sehr gute Vorlage. Also, mein Fazit zu Smile 2, pass auf, ich bin jetzt mal ein bisschen, ich mache jetzt hier Cross-Promotion, weil ich ja bei Movie Rebek auch Kritik beschreibe und ich habe dort den ersten Teil, damals sogar Kritik geschrieben. Und ich werde dir jetzt ganz einfach mein Fazit vorlesen und einfach aus Smile ein Smile 2 machen, weil dann passt es auch. Okay. Okay, gut. Also, mein Fazit zu Smile 2. Horror aus der Kategorie Mitten ins Gesicht. Ein Jumpscare-Porno, der klar auf Heretary schielt, aber nie dessen doppelten Boden und Vielschichtigkeit erreicht. Will er aber auch gar nicht. Sein Selbstbewusstsein und Regisseur Parker Fins Auge für gruselige Bilder machen. Smile 2 klar zu einem besseren Vertreter des Not-So-Elevated-Horror. Und weil er halt einfach für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu viel wiederholte, und zwar vom ersten Teil, aber auch in sich selbst, finde ich den zweiten Teil mühschwächer als den ersten. Aber wirklich nur ein müh. Was ich damit sagen will, wenn ihr den ersten mochtet, guck euch den zweiten an. Der wird eine gute Zeit haben. Wenn ihr den ersten scheiße findet, dann glaube ich, ist der zweite Teil auch nicht für euch geeignet. Zero, bitte, deine Meinung zu Smile 3. Meine Meinung. Ich kann leider nichts aus der Mottenkiste rauskommen und einfach eine 2 dranhängen, aber ich finde die Idee clever. Die finde ich gut. Ja. Verkaufst du das auch, ne? Das mache ich jetzt immer so. Okay, lege ich mal los. Also ich, mein Fazit ist, es ist ein dynamischer Cocktail aus schön, ekligem Body-Horror meets XXL Jumpscare-Festival mit einer Überdosis Humor und on the top garniert mit psychologischem Realitätsverlust. Die alles überstrahlende Cocktail-Kirsche ist die Leistung von Naomi Scott. Hatten wir ja schon erwähnt. Sie bedient sich halt im Film aller ihrer Emotionen, die sie da ableisten muss, aber auch mit Bravour. Smile 2 wird die wunderbar bizarre Welt des Horrorfilms nicht nachhaltig erschüttern. Dennoch schmeckt die neue Geschmacksrichtung, die Regisseur Finn in seinem zweiten Langfilm serviert, erfrischend genug für einen mehr als unterhaltsamen und schmackhaften Kinobesuch. Vielen Dank. Okay, Rino, es tut mir echt leid, aber jetzt haben wir beide, also das Jero und ich, wirklich grandios vorgelegt. Haben wir keine Zeit mehr. Also jetzt möchte ich ja aber auch den Hermann Hesse von Fazit von dir hören jetzt. Okay, okay, mein Fazit zu Smile 2. Smile 2 als Fortsetzung fühlt sich ein bisschen größer an und mehr als im Ersten. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu viel. Ich finde ihn einen Ticken zu lang, ich finde ihn auch einen Ticken zu wiederholig und dafür finde ich dann den allerletzten Akt dann doch ein bisschen, es ist ein kleiner Letdown irgendwie. Ich hätte mir da mehr erhofft, aber der Rest vom Film ist schon sehr solide, sehr ordentlich, könnte ein bisschen kürzer sein. Aber alles in allem, ja, wenn man den Ersten gut fand, ich würde den Zweiten dann auf jeden Fall empfehlen und würde auch den Zweiten jetzt nicht ausklammern, wenn man jetzt noch keinen von den Filmen gesehen hat, sondern dann guckt euch beide an, also reihen sich sehr gut miteinander ein. Ich bin auch gespannt auf den Dritten, der mit Sicherheit kommen wird. Bin ich noch mit an Bord. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das zu sehr ausgerollt ist. Vielen Dank. Damit sind wir durch, dann bleibt mir noch übrig, dass ich sage, Leute, wir haben es schon erwähnt, aber der Kollege Zero und die Kollegin Werner konnten den deutschen Genre-Regisseur Thomas Sieben befragen zum Thema Horror, Horrorfilm im Allgemeinen, aber auch zum Thema Horrorfilm im Deutschland. Das ist ein sehr interessantes Interview, das haben wir euch in der Beschreibung verlinkt oder ihr guckt einfach mal bei uns auf dem Hauptkanal auf YouTube oder Spotify, da findet ihr das Ganze dann auch. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, wir haben auch eine Webseite, tele-taumtisch.de und wir haben einen Community-Server, tele-taumtisch-discord. Könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr uns Feedback abgeben, könnt mit anderen netten Leuten über Film und Serie reden und wie gesagt, es ist Discord, das heißt auch für euch vollkommen kostenlos und wir sind ein bisschen stolz, aber es haben, sehr viele sind diesem Ruf schon gefolgt und vielleicht macht ihr es ja auch, es soll euer Schaden nicht sein und wenn doch, seid ihr wahrscheinlich selbst schuld. So, ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, es ist mal zwei ab 17.10.2022 in den deutschen Kinos. Ich sage Tschüss, dann sagt der Zero Tschüss und dem Rino gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich kürze es ab, ich ziehe meinen Hut und verlasse die Bühne heute Abend und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und natürlich an meine super beiden, geilen Co-Partner hier, die da super geil. Nein, danke schön fürs Zuhören. Tschüss. Okay, das letzte Wort kommt jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, spätestens zu Smile 3 und macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.